Herr Nehammer, ist Ihnen eigentlich der Ideendiebstahl von der FPÖ, die Sie ja so gern als böse und als extrem bezeichnen, nicht peinlich? Ein kleines bisschen vielleicht? Und fällt Ihnen selbst überhaupt gar nichts mehr Vernünftiges ein? Unlängst, unlängst, da war es die Normalität. Auf einmal war sie Ihnen dann angeblich doch lieber als die neue Normalität und die ganzen linken Verrücktheiten, die sie politisch Tag ein, Tag aus vorangetrieben haben und vorantreiben mit Besserwisserei, mit Druck und mit Ausgrenzung. Und jetzt? Jetzt ist es plötzlich das Bargeld. Ihre ÖVP ist wirklich ein gefundenes Fressen für jeden Plagiatsjäger. Über Nacht ist Ihnen ein totaler Sinneswandel gekommen, weil es war doch Ihre ÖVP, wie immer Hand in Hand mit allen anderen Parteien, die seit März 2021 vier Anträge für den Erhalt des Bargelds und seinen Schutz in der Verfassung im Parlament abgelehnt hat. Wahrscheinlich, weil es freiheitliche Anträge waren. Zuletzt im Juni dieses Jahres. Nehmen Sie sich selber eigentlich noch ernst, Herr Nehammer? Aber klar, weil die FPÖ die Umfragen anführt, Wahlen unaufhaltsam näher rücken und Ihnen das Wasser bis zum Hals steht und der ÖVP dazu, wird halt abgekupfert, dass es Ärger nicht mehr geht. Ganz so, wie Sie es von Sebastian Kurz gelernt haben. Kopiermaschine anwerfen und los geht's. Wissen Sie, was ich glaube? Ein paar Monate noch, dann wird die ÖVP wohl auch eine Festung Österreich fordern. Oder einen Corona-Wiedergutmachungsfonds auf Bundesebene. Sie wird die Pandemie-Politik der WHO als brandgefährlich einstufen, Sky-Shield mit anderen Augen sehen, den Klimakommunismus, den sie selbst unterstützt, als schädlich anprangern, die eigene Politik der Neutralitätsgefährdung samt Teuerung als Folge heuchlerischer Sanktionen kritisieren oder wieder einmal mehr direkte Demokratie verlangen. Aber Sie wissen eh, Herr Nehammer, es ist nicht gut, wenn man die eigene Bevölkerung für dumm verkaufen will. Österreich wählt diesmal den Schmied und nicht mehr den schwarztürkisen Schmiedl. Ich freue mich jedenfalls schon auf den Herbst im Parlament. Da bekommen Sie von uns reihenweise Anträge im Interesse der schweigenden Mehrheit und zur Herstellung der Normalität, die Sie jeden Tag zerstören. Das wird spannend. Und das gleiche gilt fürs Bargeld samt Obergrenzen und alledem, was dazugehört. Da sorgen wir dann dafür, dass schlagartig mehr weitergeht als bei Ihren über 20 Politgipfeln insgesamt. Und das Beste ist, ganz Österreich kann dann zuhören und zusehen, wie Sie und Ihre Abgeordneten sich wieder verbiegen und winden werden wie die Ahle, wenn Sie dann lautstark mit dem Brustton der Überzeugung das Gegenteil von dem sagen werden, was Sie bisher gesagt haben. Und ganz Österreich wird auch Zeuge dafür werden, wie Ihr höchster Vertreter in der EU, Herr Karras, in Brüssel dann das Gegenteil von dem vorantreibt, was die ÖVP in Österreich verlangt. Ja, Herr Nehammer, es geht halt nichts über Glaubwürdigkeit und Geradlinigkeit. Und das ist keine Verschwörungstheorie.